Willkommen zurück meine lieben Zuschauer bei Dust in Elysian Tale. In der letzten Folge haben wir es geschafft die Herrin des Wassers zu überzeugen das Wasser wieder fließen zu lassen und konnten es nach Schlammingen zurück schaffen. Jetzt wollen wir mal hier die letzte Nebenquest abgeben und Blob seine Trollfinger geben. Äh, Tina? Okay. 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 Perl weiß, du hast Zähne gefunden. Ja. Die haben wir ihm jetzt einfach so gegeben. Wie viele haben wir noch? Okay, wir haben noch 5. Also macht das nicht so viel aus. Dust, schau! Das Wasser läuft! Du hast es geschafft! Ja. 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 Bo. Ja. Ja. Hm, doch nicht rechtzeitig. Oh Mist. Das ist jetzt traurig. Das ist jetzt hart. Wir haben getan was wir konnten. Ich verstehe nicht. Wir haben das Wasser geschaut. Wir haben alles, was wir sollten. Ja. Fidget. Es ist wie Bopo's Mutter gesagt. Wenn die Leidenschaftsrichtung für dich ist, musst du gehen. Er war verletzt, und es gibt nichts, dass wir es tun können, um es zu stoppen. Das ist nicht verletzt, Aura. Wir wissen, wir sind zu lange. Wenn ich gesagt habe, würdest du noch versuchen, zu retten ihn zu retten? Die Stadt brauchte ihre Wasserstoffe. Ich hätte auch zu der Frau gehen. Und es ist nicht wichtig, was ich wusste. Und es ist weshalb, es gibt Hoffnung für dich noch. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Warum ist es, dass jedes Mal, dass ich eine Entscheidung mache, dass du es als eine Art Test verletzt hast? Was hast du mir gesagt, Aura? Das ist nicht der Zeit, oder der Ort. Was bedeutet das? Und was ist das, die Zeit und Zeit? Wie viele mehr haben zu sterben bevor du mir sagst? Wer bin ich, Aura? Was bin ich denn hier? Stop yelling! Just... Please... Please stop. Ich kann nicht das jetzt. Wir haben das gut gemacht, Tust. Wir haben das gut gemacht, Tust. Wir haben das gut gemacht. Was ist das gut? Ich bin sorry, Fidget. Ich wollte nicht zu... Und stop Worrying über wer du bist! Du bist! Du hörst mich? Ich bin nicht interessiert, ich bin nicht interessiert, ich bin nicht interessiert, ich bin nicht interessiert, wenn du bist für den General-Guy. Weil du bist jetzt. Wiese words, Fidget. Du bist, dein Vergangen ist fractiert, und dein Zukunft ist noch nicht gewachsen. Aber du hast du rekenst durch diesen Welt Das war ja das, was ich schon mal gesagt hatte. Ich habe da eine Vermutung über das Vergangenheit. Er war der Krieger im Intro und er wurde besiegt. Aber eben nicht von einer Armee oder so. Und nun, dadurch ist er zu Staub zerfallen, sozusagen. Und aus dem Staub ist er jetzt wieder auferstanden als rechtschaffender Krieger. Sie sind beide, Ryan. Ich habe mich so viel über, wer ich war, dass ich blind zu dem Good habe, was ich getan habe, als Schlauch. In any way, es ist late. Wir sollten einen Platz finden, um zu schlafen. Eine wundere Wahl. Ein Nachts Rest wird deine Kopf schlafen. Der Friedhof. Ruhlenfrieden. Goodbye, Pa. I'll miss you. Bopo. Thank you, Dust. Without you, we wouldn't have any water. You saved Mudpot. I only wish I could have done more. Nah, you did plenty. You showed me what it means to be strong, even when the world's against you. Pa's gone now, so I gotta be strong for Mama. Strong like you. You're a good kid, Bopo. I think your father would be proud. I think so, too. I also think he's happy I found a friend like you. Thank you, Dust. I'm sorry, Bopo, but I have to go now. I have to get back to the surface to make sure this doesn't happen ever again. You'll come back, though, right? You gotta make sure you come back. Oh, Bopo, I don't know the questions. Are you okay, Bopo? Is there anything I can do? It just doesn't seem real. Pa's gone, and I wish... What is it? Well, I wish I could give him a proper send-off, you know? My whole life, he'd been telling me about visiting those snowy mountains on the surface, and now he'll never get to see it. Not unless I help him. Dust, do you think somehow you can try and get me some snow? I think Pa would really appreciate it. Of course, Bopo. I understand. When I'm in the mountains, I'll remember to bring you back some snow. Thank you, Dust. Oh, thanks so much! Honestly, Dust? Snow? How do you intend on keeping it cold? This is important to him, Fidget. We'll find a way. Yeah, that's finding. Yeah, that's making sure. Are you ready to leave, Dust? I think so, yes. We need to get back to the surface and find that manor, Lady Tethys mentioned. Yes, I know of the place she spoke of. An old estate at the foot of the mountains called the Sorrowing Meadow. The Sorrowing Meadow? Is that somewhere between Blood, Death, Gulch and Endless Pain Hill? It was not always called that, Fidget. It was once a peaceful place. But even now, as we stand so far away from it, I can feel something nefarious emanating from its foundations. Well, that's great. Really? I'm excited. How about you, Dust? I'm just thrilled, Fidget. Come on, let's get back to the surface. Yes. Ja, auf zurück an die Oberfläche. Hier unten können wir nichts mehr tun. Jetzt zählt nur noch eine Sache. Gaius stoppen. Und dafür sorgen, dass sowas nie wieder passieren kann. Ja, ein einziger Mann kriegt die ganze Welt ins Unheil. Oh, 2000 Gold ist damit jeden aufgefüllt. Hier kommen wir nicht runter. Hm. Und hier gibt's auch nichts weiter da drüben, gell? Nö. Ah, wieder runtergefallen. Ich find's ja auch toll, wie sich der Hintergrund bewegt. Da haben sie sich echt Mühe gegeben. So. Quick Save. Und dann wollen wir jetzt mal Zwischensequenz. Ja, das ist also tatsächlich General Gaius. Our Scouts believe he is alive, General. But his actions are curious. Curious? How so? He ventured into the Siramon caverns and saved a village of natives. As I understand it is, actions got the water flowing again. If what you tell me is true, Cassius would never... Cassius? Okay, Cassius. When did you grow a heart, my friend? Most unlike you. Seit wann hast du ein Gewissen? Dieser Satz ist sowas von falsch. Okay, wir haben neue Orte. Die Sorgenwiese, die Weinstädte und den verborgenen Hain. Gehen wir mal auf den Bauernhof. Dort gibt es eh nur zwei Gebiete. Scheinbar. Denn hier haben sie alles zusammengeschlagen. Diese Monster haben wirklich den Ort entfernt. Hey, Fidget, kannst du diesen sechsten Sensor von dir finden, um Gien's Beobachtung zu finden? Hoffentlich. Hm, ja, eigentlich. Ich bekomme etwas von diesem großen, schrecklichen Hohle auf dem Boden. Warum ist es immer ein großen, schrecklichen Hohle auf dem Boden? Ich muss dich zurück zu dir, Fidget. In der Zwischenzeit sollten wir es für Gien und Oneida ausleihen. Ja. So hätten wir. Hallo, Schlammonster. Truhe öffne dich. Schleimpanzer. Der uns gar nichts bringt, weil der schlechter ist. Zwar nicht viel, aber er ist trotzdem schlechter. Gucken wir mal kurz nach da unten. So tief war die nur aufwiederlich fallen. Okay, die Höhle scheint ja doch etwas größer zu sein. Fliege die Luft. Danke. Noch eins. Ach, so von der Seite. Noch ein Wand tun. Noch ein Wand tun. Das war nicht schnell genug. Das war schnell genug. Und da müssen wir dann wohl runter. Aber da runter gehen wir dann erst in der nächsten Folge. Ich will zum letzten Speicherpunkt zurück. Der war ja oben an der Oberfläche. und dort speichern. Ups. Ja, das war wirklich hart jetzt in der Folge. Das muss ich jetzt auch erst mal verdauen. Also speichern wir mal. Oh, wir sind schon bei 43%. Und dann gibt es jetzt erst mal wieder einen Cut. Bis bald.